Die Mangroven, die Früchten, die sind ja nicht zum Essen. Jetzt warten wir. Mangrovenfrüchte, ja. Kaktus. Wir haben hier gestern schon gesehen, der Anfang vom Kaktus wird wie ein Baumstamm am Ende. Das ist ein richtiger Baumstamm. Wir sind jetzt auf der Mangro. Wald. Wir sind jetzt auf dem Kaktus. Auf dem Mangroof, da ist es Alicia und Julia. Da hinten, auf dem Mangroof, am Mangroof Wald, das ist auch schon für mich neu. Ich habe mitbekommen, das gibt es schon seit ungefähr zwei Jahren jetzt. Also während der Pandemie wurde es irgendwie mal gebaut. Genau. Was? Hast du Schlange gesehen? Oh ja genau, da ist Schlange, wir sehen es, Schlange. Das musst du auf deinem YouTube-Kanal posten. Wir haben Schlange gesehen. Wie ich nicht gerne schwimmen. Nein, das schwimmt man auch nicht. Das ist ja sechs, also vier, zwei, elf. Ich dachte, das wäre 17. August. Nein, ich muss mal gucken. Acht, zehn, zwölf, zwei, vier. Also 1945, das wäre der Unabhängigkeitstag Indonesiens. Ja, wir sind wirklich im Regenwald. Ja, bei Hochwasser oder Flut, da kommt das Wasser bis hier hoch. Ja, also die sind ja die Mangroofen, die sind ja Meerwasserpflanzen. Die können nur im Meerwasser vielleicht wachsen. Das gilt bei uns, wie gesagt, als Schutz gegen Tsunami. Besonders zurzeit hier, dieser Park wird so angelegt, also für die jüngeren Menschen, also für die Jugendlichen irgendwie mal, die dann hier irgendwie ein bisschen Zeit verbringen. Ein bisschen Spaziergang machen hier. Ja, das ist auch schon gut. Krass. Oh, es ist hier. Ja, dann gibt es auch schon immer eine Ecke, wo Leute halt dann ein Bild machen. Eine Fotoecke. Ja, das ist auch schon für so Schmetterling. Ja, da kann man auch ein bisschen reinlaufen. Ja, das ist schon stabil genug. Ja, du kannst auch schon ein bisschen rennen. Kein Problem, kein Problem. Ja. Das ist alles aus Bambus. Ich habe höhen Angst. Höhen Angst. Da steht hier, Djanganlupa Bahagia. Nicht vergessen, um glücklich zu sein. Ja. Heißt das, ja. 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 Das ist gut. Ja. Das ist gut. Ich hoffe, ich habe. Ich habe ein gutes. Es ist gut, wenn es jemand will, ist es hier die Daerahskottung. Vogelnest, ja? Du kannst dich draufsetzen und Fotos machen wie ein Vogel. Ja, hoch, jetzt, ja, hoch, drauf. Aber ein bisschen testen, nicht so, dass es so wackelig ist, ja? Genau, oder? Ich mach wild, ja? Ja! Weißt du, wieviel Eier? Eier? Pass auf jetzt, mit drunter gehen, ja? Ja, pass auf, Julia. Der Urlaub ist vorbei, wenn du unterfällst. Ja, wir haben es überlebt, alle. Gute. Mangroove Park, ja, da gibt es Toilette auch. Ach, hier ist auch eine Toilette, ne? Ja, hätten wir gewusst, ja? Ja, genau, ja. Ja, das ist eine glückliche Familie, gerade beim Picknick. Ja, genau, hier, Muscheln, ne? Willst du deine Muscheln hinlegen? Ja? Ja. Ja, so. Alles gut. Muscheln. Muscheln, ne? Hop, 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 hop! Hop! Ja, ich hab alle, es wackelt aber sehr. Oh! Oh! Wir lachen ja, wenn es im Wasser liegt. Kinder. Ja, für Kinder, ja. Darf ich da nicht rein? Doch, du kannst immer rein, ja. Mach mal, ja. War ich hier noch nie. Ich mach ein Bild von dir dann, du kriegst ein Bild, ja. Ich sag, dass es geht, oder? Ja? Was sagst du? Gimana? Oh, ja, da gibt es ein Video bei uns. Das heißt Genie. Oh, Genie. Das ist eine Geschichte zwischen Engel und irgendwie Menschen, ja? So, ähm. Also nicht reingehen. Na, das ist, äh. Man kann nicht so gut drauf sitzen, ja? Ja, die Einheimischen kommen hier, um ein Bild zu machen, irgendwie, ja. Und dann auch schon weiter. Und jetzt hier gerade mitten im Wasser. Das ist ein Fotospot für Einheimischen, ja. Und dann, dass er mich da ist. Und dann hier, dass er mich da im Wasser aufgerufen muss, ja. Oh, das ist wirklich ein Fähigkeiten. Und dann, dass der Teufall hier natürlich eskommt. Und dann ist das Doris, ja. Der hat auch immer noch in der Mitte der anderen Seite, ja. Wir haben jetzt auch ein bisschen, das habe ich da zu erinnern. Und dann haben wir es ja auch ein Fähigkeiten. Und dann haben wir es schon mal wieder aufgerichtet. Und dann haben wir die andere giaiefschaft. Und dann, woher wir das auch in der nächsten Linie daht. Auch schon sehr schönes, schöne Landschaft. Die Landschaft, gerade in einem Regen mit vielen Wolken oben. Da sind die Fähre, Schiefer. Hallo! Macht nichts. Die Landschaft, gerade in einem Regen. Darwiss Unruhe. Was? Was? Auf den Karibik können wir hier spielen. Man kann hier auch schon ein bisschen angeln. Oh ja, das ist Angelecker. So, ins Wasser runter. Jetzt weiter ins Wasser. Bist du? Die Kälte sind in der Nähe von der Kälte. Das ist der Kälte. Da ist der Kälte. Die Kälte sind in der Nähe von den Kälte. Das ist der Kälte. Wollen wir mal sehen? Da ist die Kälte. Das ist so, dass die Kälte sind. Krabben, ne? Ich gehe kurz in die Toilette, ne? Kita kembali lagi ke Mobil, ja? Tadi, sudah, sedikit jalan-jalan ke Mangrof. Ini Hutan Mangrof, ne? Jangan lebat, ja? Coba. Ja, diese Mangrofwald, ja, ist auch interessant, ja? Dass man tief in den Regenwald, oder in den Mangrovenwald, dann reinkommt, ja? Mit Kindern natürlich ist es auch interessant, dass man auch ein bisschen was hier lernen kann, ja? Von Mangroven hier bei uns auf Lombok, ja? Kann auch schon hier hochgehen, hier hochglättern, von oben auch. Einen schönen Blick hier von dem Mangrovenhatte. Wie? 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 Bis zum nächsten Mal.